Der perfekte Arztbesuch mit Sascha Arkham, Digga. Ein Oldschooler-Video, Digga. Muss auf jeden Fall reingesuchtet werden. Gerade ganz frisch aus. Nicht meinem Auto, weil ich kein eigenes Auto besitze. Ich komme aus der A-Klasse von meiner Oma. Wie viel ist juckt ihr kein Mann? Flack nicht zu mir fürs heutige Video. Hab ich einen Knick in der Optik oder hat er irgendwas in den Backen versteckt? Ganz kurz, bevor das Video anfängt. Alter, Jungs, seid ehrlich. Wie ich in dem Video aussehe, Digga. Absoluter Sexgott, Mann. Also, wer würde nicht gerne jetzt mit mir schlafen in dem Video? Seid ehrlich, Mann. Erstmal ein schönes Snapchat-Bild von uns beiden, oder? Jungs, Mädels. Six got it out more for us. Wir sind heute in uns gegangen und haben uns gedacht, hey, was ist eigentlich typisch bei so einem Arztbesuch? Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir auf das Thema Arzt gekommen sind. Ich persönlich war das letzte Mal vor einem halben Jahr beim... Wer von euch hätte Bock auf ein neues Video mit Sascha? Gibt es da draußen irgendjemanden, der mal wieder ein Video mit mir und Sascha sehen will? Warum plötzlich jetzt alle ehrlich? Warum plötzlich alle mit Ja? Ich hätte jetzt ein safest Nein von euch erwartet, ihr sparset dies. Auf einmal seid ihr normale Community geworden, ne? Auf einmal normal geworden, ne? Bitte nur mit Sascha. Ja, ich glaube, das wäre echt besser. Scharnarzt, wenn ich dich anschaue, müsste es bei dir auch schon eine Ewigkeit her gewesen sein. Oder wie ist es bei dir? Ich war schon länger nicht mehr. Fangen wir an, als erster Punkt haben wir uns gedacht, ey, wer beim Arzt ist, warum sind da immer die Wartezeiten... Digga, irgendwas verwirrt mich gerade an dir, irgendwas ist nicht wie immer. Ich weiß es noch, es ist die Frisur. Genau. Ich meine, ihr kennt es von euch daheim, dann werft man ein bisschen länger auf den Termin. Digga, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie sind eigentlich bei dir immer die Wartezeiten? Mann, ey, immer diese Wartezeiten. Hier seit zwei Stunden sitze ich hier. Seit zwei Stunden können Sie sich das denken. Das können Sie laut sagen. Das ist unmöglich hier. Das ist eine Unverschämtheit. Zwei Stunden, ey. Aber wenn ich so bei Ihnen schaue, Sie haben Glück. Wahrscheinlich nur kurz Weisheitszähne kurz checken, wie alles gezogen wurde, wie die Fäden sitzen. Dann dürfen Sie wahrscheinlich schon wieder gehen, oder? Weisheitszähne? Ich kreuz Sie denn auf diesen Unsinn? Ich habe Dünnschiss des Todes. Und zwar schon seit drei Monaten. Seit drei Monaten, Digga. Ciao, Digga. Ganz übelst du. Ey, ich hasse mich, Alter. Da können Sie sich noch eine Scheibe davon abschneiden, mein Digga. Herr Mist, bitte in Zimmer 4. Vielleicht werde ich auch schon aufgerufen. Herr Mist. Schön Tag noch. Als zweites ist mir auch vor einem halben Jahr aufgefallen, dass wenn man zum Arzt geht, der immer irgendwelche Dinge jetzt sieht, die man eigentlich nicht hat. Das wäre jetzt wie, wenn jetzt einer zu dir kommen würde und sagt so, hey Digga, du siehst aus, als ob du deine Weisheitszähne gezogen bekommen hast. Obwohl das ja gar nicht der Fall ist, oder? Der nächste Patient, bitte. Dunklinger. Herr Dunklinger, guten Tag, hallo, bei Ihnen sehe ich schon die Diagnose, Weisheitszähne wurden gezogen, ne? Ja, das sieht man direkt, klar. Super, klasse. Dann würde ich sagen, wir machen direkt einen Termin zur Ziehung der Fäden aus, oder? Meine Weisheitszähne wurde schon vor vier Jahren gezogen, ich bin hier wegen der Impfung. Exakt, ich würde sagen, nächste Woche Sonntag, es sieht bei Ihnen gerade wirklich in der heftigsten Phase aus, wo es sein kann. So, dann machen wir nächste Woche Sonntag. Ey, Alter, diese alten Videos von Sascha und mir, die sind einfach zu wild. Ey, Steffen, hast du die alten Videos von Sascha und mir auch so gefeiert? Ne, klar. Das funktioniert heute einfach nicht. Ich habe jetzt von dir sowas erwartet, wie welche alten Videos. Die Fäden rausziehen. Wunderbar, wie ist es denn mit dem Schmerzgefühl? Das sieht ja echt richtig übel aus bei dir. Das ist echt heftig geworden. Ich bin hier wegen der Impfung. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Aber lass dich so nicht in der Öffentlichkeit blicken, gell? Also, das ist echt ein bisschen peinlich, Digga. Was? In den Terror von damals. Ja, genau. Bei Sascha unten in der Urigen Bar. Ja, das ist extrem urig dort gewesen, Digga. Dann gibt es ja noch die gewisse Angst gegen Spritzen. Ich weiß nicht, die letzte Spritze ist bei mir schon ein bisschen länger her bei dir. Ich glaube, ich habe noch nie eine bekommen. Ich muss sagen, ich bin, was das Thema Spritzen angeht... Ja, Mashallah, Digga. Ich schwäge jetzt hier mir jetzt nicht das ganze Video rein. Kein Bock auf die. Könnt ihr euch selber reinziehen. Habe ich mir schon zu oft angeguckt, die Scheiße. Das ging mir, Rotz gebe ich mir jetzt nicht noch mal. Ganz kurz, kennt ihr, äh, kennt ihr Matt Stoney? Kennt von euch jemand Matt Stoney? Digga. Genau. Matt Stoney, okay. Ich, ich weiß nicht, wie er das macht. Aber warte, was hat er hier gemacht? Digga, der Typ, du denkst du, so schlanke Asiate, der kann niemals zu viel essen. Digga, es ist so geil. Oh mein Gott, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Die Werbung. Ja, Mann. All right, so we had to wait for a while for them to cool down. I had a false start. I went and it was way too hot. Doesn't change anything. Ten minutes on the clock. You ready? Challenge starts in nine, Nine, eight, seven, five, four, three, two, one, and... It's so hot. Digga, der, was geht bei dem Typ, gell? Was geht bei dem Typ? Der ist absolut crazy, alter. Guckt euch das mal, wie der das runterzieht. Kennt ihr dieses? Warte, komm, lasst uns eine Video von dem reinziehen. Das heißt, ähm... Mega Burrito, oder? Ja, genau, dieser Burrito, alter, den er sich reinzieht. Digga, was ist... Was geht da ab? Digga, als ich es gesehen habe, ich dachte, das ist ein Fake. This video is for you guys. This video... Digga, du denkst dir so, okay, Bruder, er nimmt übelst große Bisse, Bro. Alter, ey, heftig, Alter. Was für große Bisse er denn nehmen kann? Jetzt erst mal kauen und Runde schlucken. Er isst einfach, Alter. Wow, ten seconds. Digga, er kaut nicht mal. Er schluckt, er nimmt den Biss und schluckt direkt runter. Alter, das ist so fucking ungesund für den Magen, Digga. Ey, dieser Typ, Alter, der wird an irgendeiner ganz ekelhaften Krankheit, glaube ich, irgendwann verrecken. Ja, zwischendurch noch einen entspannten Larven erschieben. Ist kein Problem für mich. Cheers. Wie der nicht fett wird, Digga, der hat einfach einen Stoffwechsel. Der hat einfach komplett behindertes. Digga, er zieht das Ding einfach runter. Ey, ich könnte das Ding nicht mal aufessen, weil das einfach zu viel wäre. Was, kotzt der danach, ernsthaft? Also, ist das jetzt ein Joke gewesen oder kotzt der wirklich danach? Hat der mal erzählt, dass er nach seinen Drehs immer kotzt? Ich glaube nicht. Ne, okay. Okay. Er nimmt so zwischendurch einen Schluck Wasser. Aber ich weiß nicht, der kann irgendwas, was die anderen alle nicht können. Er kann einfach schlucken, ohne zu kauen. Irgendwie, der hat keinen Wirbelreflex oder sowas. Weil ich habe mir so Wettessen übel oft auch angeguckt. Die anderen sind schon noch so am Kauen, dann schlucken. Die können so auch übel schnell und übel viel essen. Aber bei ihm ist es immer am Extremsten, Digga. Das ist geistesgestört. Der hat wahrscheinlich eine Gabe, oder? Der wurde von Gott gesegnet, oder? Oh, 130. 130. 130. Das ist zu wild. Ich schwör's dir, Digga, das ist zu wild, was der macht, Alter. Der Typ ist absolut geistesgestört. Aber ich gucke mir auch übel gerne seine Videos an. Das ist übel geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.